Sind wir auch einmal drumherum. Ähm... Ähm... Krieg ich das ab? Alter, Marius ist richtiger Körper close. Bro. Alter, Marius. Alter, Junge, Junge, Junge. War Marius zufällig Trainer bei der BAM School? Weil das würde erklären, warum die insolvent gegangen ist. Bro, what the fuck, Alter. Boah, Junge. Das war so ein hugeer Save. Tower, nicht in den Tower. Nee, 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 nee. Okay, alright, das ist sehr, sehr realistisch. Oh, wir verlieren extrem viel Höhe. GameStop-Aktie, als sich Kevin dafür entschieden hat, zu holen. Wow! Was ist passiert? Digga, hä? Bruder, da ist man einmal kurz ein bisschen am Rumfummel da im Auto. Auf einmal passiert das. Du willst das Café nach zu hoffen, damit du dich da vorst? Vielen Dank.